Hallo mein Name ist Andreas Fritz und willkommen zurück bei Cities Skylines in meiner kleinen neuen Welt. Ähm. Es ist mir gerade eine Idee gekommen, dass ich hier noch eine Auffahrt mache, sodass die hier direkt rein können. Oder hier so ein Kreuz. Einmal, dass die hier einmal nach links, einmal nach rechts fahren können. Hm. Ähm, naja, schauen wir erstmal weiter, was ich hier als Services brauche. Also die sind alle abgedeckt. Torzeugs auch. Hier zwar nicht so. Aber ich hoffe, da sterben jetzt in nächster Zeit nicht so viele. Feuerwehr. Da habe ich hier hinten noch eins. So. Polizei. Na, wird auch Zeit, dass wir hier noch eins hinbauen. Und dann wird es auch Zeit für unsere, ähm, eine weitere Grundschule und eine Oberschule. Denn, wie man hier oben schon sieht, die Grundschule ist an ihrer Kapazitätsgrenzen angeklangt. Und, ja. Also. Sparen wir jetzt mal ein bisschen Geld. Und bauen dann noch ein paar Servicegebäude. Nee. Das sieht cool aus, wie hier so der Wind drüber zieht. Und dann machen wir das hier mal weg. Seht man das immer noch? Nee. Das sind, glaube ich, die Wolken. Ne, Wolken habe ich keine. Na gut. Ähm, dann... Solange ich hier spare, überlege ich mal, wie ich jetzt hier weiterbaue. Ich glaube, ich werde hier die Autobahn dann hier rumbauen. Und dann hier so in die Gegend. Das ist zwar jetzt alles voller Kacke. Aber hier dann mein großes Gewerbegebiet bauen. Mit, ähm, später dann den ganzen Tourismus- und Freizeitaktivitäten. Aber bis dahin brauche ich noch ein bisschen Geld. So, jetzt sind wir bei 12.000. Und... Und... Ach, wisst du was? Dann bauen wir jetzt... Was habe ich noch mal gesagt? Eine Schule hier hin. Und zwar machen wir so hier hin. Ah, er kostet 24.000. Nee, 16.000 kostet bloß noch. Also nur mal kurz gucken, sodass die alle in das Vergnügen kommen. Mache ich hier eine Heimannstraße? So, wenn ich sie jetzt hier hinbaue... Habe ich nicht viel von. Okay, da habe ich generell nicht viel von. So. Haben wir da erstmal eine Schule. Und dann machen wir hier oben in das Gebiet noch eine rein. Und zwar machen wir die hier hin. Oder hier in dieses Ding. Machen wir sie hier hin. So. Dann haben wir jetzt kapaziert für 900 Schüler. Sollte erstmal reichen. Und dann... Legen wir mal los. Und... Bauen... Ups. Hier, da sowieso da eine Kreuzung ist. Eine Verbindung hier hin. So. Ja, müssen wir doch ein bisschen weitermachen. Und so. Und... Ähm... Eigentlich... Ah, das können wir erstmal so lassen. Auf zweispurig. Und hier kommt dann die... Die Mittelschule... Die... Was ist das? Oberschule hin. Und zwar will ich die hier so rein machen. So. So, nochmal mal kurz gucken. Dann... Dann... Nehmen wir die normalen Spuren. So. Machen wir mal hier. Einmal so. Jetzt sollte das... Hier hin passen. Genau. So. Wie reicht das? Das ist ein bisschen viel. Dann machen wir es mal hier ein bisschen schneller. Und... Das können wir nochmal weitkreisen. Warten wir mal, dass wir die 24.000 haben. Und dann... Jetzt haben wir schon... Zwölf... Zehntausend... Schauen wir mal nach dem Service. Also Strom brauchen wir gleich... Wieder... Oh Gott. Warum brauchst du so viel Strom gerade? Wasser haben wir noch. Müll... Deponie... Die ist... Gleich voll. Bildung... Sieht gut aus. Oh, da haben wir ja schon eine. Die deckt eigentlich fast alles ab. Das können wir eigentlich mal so lassen. Dann brauchen wir doch keine bauen. Und was passiert, wenn ich die verschieben will? Dann wollen wir, wenn ich die hier hin mache. Dann ist da oben ein bisschen eng. Ne, da wo die ist, ist sie ganz gut. Dann machen wir hier was anderes hin. Und zwar einen kleinen Park. Schauen wir mal, was wir hier Großes haben. Ah, ne, das ist... Aber dann nehmen wir nicht die Spiegel, sondern den da. Ah, das sieht doch kacke aus. Ah, dann müssen wir es doch... So, machen. Und dann... Einen Weg hier. Und hier so. Ne. Und dann... So. Wunderbar. So. Ähm... Kann der hier noch was? Machen wir hier noch einen dran. Und so, lassen wir das. Und dann... Kommen hier weitere Wohnhäuser hin. Ach, hier gleich drum. Und... Hier auch. Und... Da fährt hier einfach rum. So. Zick. Juhu, dann haben wir das auch. Machen wir da Wasser? Wir brauchen da Wasser. So. Ausgezeichnet. Ähm... Machen wir hier noch... Eine ran. Und immer noch 50%. So. Okay, dann hat sich das ja mit der Schule erledigt. Aber ich... Ah, weißt du was? Wir machen auf der anderen Seite auch noch so einen Park. Dann sieht das einigermaßen symmetrisch aus. So. Da machen wir das auch nochmal drumherum. Gut. Und dann... Ja. Nehmen wir jetzt hier... Die hier. Und... Eigentlich können wir auch die innere Spur hier erstmal... Sparen wir ein bisschen Geld. So viel Verkehr haben wir ja eh nicht. So. Wupser. Jut. Und hier auch. Durch. Und hier. Und das haben wir. Okay. Dann schauen wir mal. Haben wir das alles? Wir haben es alles. Hier ist ja jetzt ewig viel Verkehr. Wenn wir das jetzt hier mal anschalten. Ist hier sehr staumäßig. Da sagen wir einfach mal... Einbahnstraße. So. Die können hier einmal nach links und nach rechts abbiegen. Und... Ähm... Irgendwann da kommen sie dann wieder da drauf. Gut. So. Dann reißen wir das hier nochmal kurz ab. Das wird jetzt hier ein großes Gewerbegebiet. Und parallel dazu mache ich jetzt hier auch noch die Autobahn weiter. Ich weiß nur noch nicht genau wie. So, egal. Schauen wir mal. So, mach mal hier die Autobahn. So, und wie viele waren hier dazwischen? Drei. So. Einmal hier. Und einmal so. So, jetzt ein bisschen. Ups. Ja, das reicht nicht. So, das muss eins weiter. So, glaube ich. Und dann können wir hier eine Kreuzung machen. Und dann hier auch eine. Okay, dann das alles hier da richtig rumdrehen. Dann, warte mal. Die führt so. Nu, ich weiß nicht. Okay. Okay. verwirrend jetzt ist richtig also hier kommt jetzt die autobahn lang dann wollen wir mal weit und dann richtig rum da machen wir sie hier lang keine spur und die andere hier hin das ist ungefähr gleich und dann hier und dann geht es zurück aber jetzt fehlt mir das geld beschleunigen wir das alles mal ein bisschen einmal hier das sieht gut aus gut dann geht hier einmal rum das können wir abreißen jetzt wollen wir schon wieder strom wenn ich da oben noch einen rein machen 6.000 gibt mir 6.000 hat man das auch und dann konzentrieren wir uns hier weiter auf unsere straße mal 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 gucken wie ich das dann daran kriege mal kurz das hier weg das auch mal kurz hier weg so jetzt reicht mir wahrscheinlich das geld nicht mehr aber was jetzt machen wir erstmal so eine billige so das ist ja hier alles einbahnstraße so und ausgang natürlich auch auch aber warte mal jetzt haben wir ja das hier eh schon fertig dann können wir das so wieder richtig machen so mal hier hier einmal das hier so juhu gut einbahnstraße weiterbauen so und dann auf der anderen seite wieder zurück weg juhu nö das ist ein bisschen viel des guten naja verbinden wir das erstmal und das ist jetzt das für die kurve das sieht kacke aus so sieht schon besser aus so und das ist quasi mein layout erstmal einrichtung voll macht nix wir haben ja noch ein paar weitere flecken machen wir den eingang dahin wo kann man das eigentlich drehen schade so sieht es dann irgendwann mal aus diese erste karte oder dieser erste teil des abschnitts also das ist meine autobahn hier kommt ein gewerbegebiet hin und das alles hier drinnen wird noch wohngebiet und dann bedanke mich erst mal wieder fürs zuschauen über daumen kommentare würde ich mich freuen ansonsten wünsche ich euch noch viel spaß und wir sehen uns ja dann beim nächsten mal auf wiedersehen bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020